Ob man sich verarscht vor, die Dinger in den anderen Welten zu sammeln, ne? Nur ein bisschen. Tanz in der Wolken-Disco. 4, 3. Here we go. Okay, dreimal piepen. 1, 2, 3. Das kennt mich noch aus Super Mario Galaxy. Uh. 1, 2, 3. Da muss ich am Ende mindestens ne bestimmte Anzahl übrig haben. Damn. So, alle wieder in eine Gruppe sammeln. Das geht am besten, indem er hier so gegen ne Wand läuft, hab ich rausgefunden. Oh, fuck. Arschloch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der M auf 0 runter. Also auf 0 Bonus. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Das bedeutet nämlich, dass ich die Welt wahrscheinlich noch mal machen muss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pff. Pff. Oh, komm. Pff. 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 So viel zum Thema Welt wahrscheinlich noch mal machen. 1, 2, 3. Pff. 1, 2, 3. Pff. Pff. 1, 2, 3. Pff. 1, 2, 3. Pff. 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 1, 2, 3. So, alle Marios wieder sammeln. Pff. 1, 2, 3. Pff. 1, 2, 3. Pff. 1, 2, 3. Pff. 1, 2, 3. Pff. Oh, das war ganz schön knapp. Aha, wusste ich doch, dass ich den so töten würde. Nicht in den Abrund springen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, hier brauche ich mindestens vier. Tja, ich habe aber fünf. Und alle wieder sammeln. Fuck, ich hätte den Speicherpunkt noch nicht nehmen sollen davor. Ich bin so dumm. Zornige Stampfattacke. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh fuck, ich weiß nicht welches der echte Mario ist. Oh fuck, ich weiß nicht welches der echte Mario ist. Und dann nehme ich die jetzt. Oh gut, okay. Alle verloren. Eine ganz schön überragende Leistung, die ich an der Stelle mal feststellen möchte. Da nochmal alle zu verlieren. Okay, alleine wäre es recht unmöglich gewesen. Zu zweit war es schon wieder... Sagen wir mal gut möglich. Eins, zwei, drei. 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 Hm, da brauchte ich aber nur noch zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Alter. So. Eins, zwei, drei. Den goldenen Stern hab ich, also, die goldene Flagge hab ich verkackt, aber ich sollte ja jetzt recht gut durch das Level rennen können, wo ich nur ein Mario brauche. Aber war echt nicht leicht. Aber First Try, ja, ja. Ganz bescheiden hier am Angeben. First Try, aber war nicht leicht. Voll der Profi da. Der Typ, der das gepostet hat. Vielleicht soll ich eine Top 5 der dümmsten Miiverse-Posts machen in dem Spiel. Miiverse. Obwohl, am Ende werde ich noch von Miiverse gebannt. Das wäre ja schlimm. Das gute Miiverse, mir würde so viel fehlen. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wüsste nicht, wie ich mit einem Bann im... Wow. Wie ich mit einem Bann im Miiverse leben sollte, nicht wahr? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah, hier werde ich groß und kann speichern. Du, 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 du. Eins, zwei, drei. Das hier wird wieder so ein Part, wo man 100% raushört, falls ich unsynchronen Video- und Tonlateriel zusammenschneide. Naja, was weiß. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist eigentlich schon witzig. Eins, zwei, drei. Einfach nur so, gibt 4.000 Punkte. So, auf einmal runterkommen, dann kann ich besser steuern. Me, me, me. Und Goldstern. Also Goldflagge. Tada. Yeah. Oh, eine Sternexplosion. So viel Freude. Cool. Cooles Spiel. Schweres Level. Ach. Wer schreibt das? Wer nimmt sich die Zeit, da immer wieder was reinzuschreiben? Ich kenne niemanden, der da wirklich Miiverse-Posts macht. Nur so Leute, die streamen oder let's playen und sich denken, ja, jetzt war ich mal ein richtig dummen Miiverse-Posts. Und während sie den machen, fällt denen auf... Damn, das sieht man nicht, weil der auf dem Gamepad gezeigt wird. Ah, ah. Nimm das, du Arsch. Was ist das? Ein Stempel. Da oben ist der Stempel. Okay. Hm, wie komme ich nur zu dem Stempel? Warte mal. Ist der Stempel sogar noch geschenkter? Gehen wir mal den normalen Weg. Wow. Das hier macht es also nur einfacher. Nö, nehmen wir den einfachen Weg. Hier ist eine Röhre, sprich hier kann ich mir einen Stern verliehen. Hoffentlich. Und es war auch der erste. Wunderbar. Stempel und Stern. Was will mal mehr in den ersten paar Sekunden von der Welt machen? Jetzt gehen wir dieses ewige Ding hochklettern los und denken, da könnte ja was sein. Geheimnis. An so Ecken ist da nie was, wenn man dran denkt. Da ist immer nur was, wenn man gerade nicht dran denkt. Mäh. So. So. Ah. Oh Ich glaube ich verschwende Zeit, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher Ne, das scheint mir unschaffbar Was ich unschaffbar finde, das ist einfach unschaffbar Da es da auch ja keine Diskussion gibt Damn, da wollte ich mir den zweiten Katzen Mario am Zug sich hin und hab's verkackt Er ist auch der zweite hier, okay Jetzt wird nur die Zeit langsam eng Egal, ich bring mich einfach um Ich bring mich einfach um, ich hatte ja schon einen Speicherpunkt Ein Stern, okay, Zeit 300 Sekunden, okay Ja, da ich ja jetzt weiß, wo kein Geheimnis ist, kann ich ja Zeit sparen Den Katzen Mario kriege ich am Weg da nach oben Das ist gut So Und los geht's hier hoch Die Lichtänderung ist witzig Aber Ist ganz nett Jetzt habe ich auch mehr Zeit, ungefähr 140 Sekunden mehr als eben noch Und die nutze ich erstmal gar nicht Doch Ich hab den letzten Stern, ich hab Katzen Mario leider verloren Ich bin aber auch dumm Mal an und für sich möchte ich behaupten, die Ecke wäre nicht sonderlich schwer gewesen, okay Machen Abgang Ha, Goldflagge Kein Problem Kein Problem Okay, es wird ein bisschen schwieriger, wie man daran sieht, dass ich nicht immer mit dem Power-Up ins Ziel komme Das ist grundsätzlich schön Vielleicht sterb ich da noch richtig Vielleicht kriegen wir dann sogar raus, wie der Game-Over-Wildschirm aussieht So viele Möglichkeiten Wo ist da der Stempel? Tja Tja